Anderes als Deutsch denken, Deutsch handeln. Und wenn so diese Klappe, dieses Mädchen mit ihren zehn Jahren in unsere Organisationen hineinkommen und dort nun so oft zum ersten Mal überhaupt eine frische Luft bekommen, dann kommen sie vom Jungs heute in die Kippelküche. Dann nehmen wir sie sofort in die Parteien oder in die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS. Und wenn sie dort noch nicht ganze Nationalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst. Und was dann noch an Klassenbewusstsein oder Standeszündung vorhanden sein sollte, das übernimmt dann die Wehrwacht zur weiteren Behandlung. Und sie werden nicht mehr frei in ihr ganzes Leben. Und sie sind glücklich dabei. Sie sehen sich ganz anders an. Sie haben allmählige Menschen kennengelernt. Untertitelung des ZDF, 2020 April 20, Hitler's birthday, celebrated as a national holiday. In honor of the occasion, the dictator arranged a special tribute to himself. A solemn initiation ceremony turned youths into Hitler-youths. For his birthday, for better, for worse. The youngest boys' gift, their solemn oath of allegiance. A serenade for the head of Spain. The dictator liked to be seen to be fond of children. Children are grateful for attention. That was a high feeling for us, young people. We were suddenly hard, yes? Speak! A trusting oath echoed by many voices. All things to do! From the head coach to the Pimpfelaun, we were only members of a big community. Sworn to lethal ideals and to his madness. Eine neue Jugend, eine Jugend, die unser Großdeutschland einmal führen wird. Das hat uns eingeleuchtet. Wir wollen nicht der Letzte sein in diesem Konzert der Welt, sondern wir wollen mit den Ersten sein. Das ist unser Gelöbnis. Er wollte seine Welt-Viehre zu sein, um ihre Willen zu werden. Und dass diesem Wunsch in Erfüllung geht, seid ihr mir verantwortlich, denn in euch liegt die Zukunft der Nation und des deutschen Reichs. Man fühlte sich plötzlich als etwas, was man nie gewesen war. Ein wichtiger Mensch mit einer wesentlichen Aufgabe. Ich suchte Kameradschaft, ich suchte Freundschaft, ich suchte auch eine Aufgabe wahrscheinlich, aber vor allen Dingen auch Bestätigung. Man fühlte sich in dieser Gruppe durch diese einheitliche Bekreisung und die gemeinsamen Lieder zu Hause, mehr als im Elternhaus. Meine Eltern, ich habe eine jüdische Mutter gehabt, die haben keinen Augenblick gezögert, mich auch in das Jungvolk gehen zu lassen, denn sie wollten mich nicht separieren von den Gleichaltrigen. Ich wäre ja dann ausgesondert gewesen. Und das wollten sie ihrem 10-, 11-jährigen Sohn nicht zumuten. Der, der nicht drin war, der war für uns so dargestellt worden, der passt nicht zu unserem göttlichsten deutschen Volk. Das ist ein Aussätziger, der passt nicht in die Gemeinschaft des Großdeutschen Reiches. Wir waren eine verschworene Gemeinschaft und die Uniform war das äußere Zeichen und gleichzeitig ein gewisser Schutz. Die Braunschirche war die Preis der Entfernung in dieser League. Man wore es mit der Prise, secure in der company von like-mindeden Peeren. Aber diese Bewerber waren die Bewerber als 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 die Bewerber. Das war das die Offiziell-Programm. Uniformity of Thought finds expression in Uniformity of Appearance. Wenn du eine, du wirst, wirst du alles sagen. The directing of light towards one goal subordinates the individual to the point of self-denial. Sie waren ja so geschickt, damals in ihrer Gestaltung. Sie haben ja nicht von vorne gesagt, wir wollen euch zu guten Nazis machen. Sie haben nur gesagt, ihr für die Jugend tun wir was. With the help of enticing offers. Attractions with an allure Often greater than that of other authorities. Die Eltern gaben ihr Erziehungsrecht auf, wenn die Jungen in die Hitlerjugendsprechung vollgehen. Das war das eigentliche Ziel. Denn jetzt konnte man mit den Jungen das machen, was die Eltern auch taten. Durch die Straßen marschieren. Marching made them mobile. For future use. Das Marschieren hat ja eine gewisse Faszination. Wenn sie mit einer Gruppe sind, sie gehen tag, 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 tag. Und dann gemeinsam und gemeinsam singen. Und das hat eine Art von Magie. A Magie that dulled the censors. Wenn wir marschiert sind, nicht wahr, haben wir so ein unglaublich widerliches Liter darunter gegrölt, hängt die Juden, stellt die Bonzen an die Wand, obwohl keine, also wahrscheinlich kaum einer von uns überhaupt sich Gedanken gemacht hat, was das inhaltlich bedeutet für haben. Schon das Mitsingen bringt langsam eine Identifikation mit der Idee, mit den Worten, die dahinterstehen. Dieses Liedersingen und gemeinsam wandern und marschieren und Uniformen tragen vor allen Dingen. Ich glaube, dass dieses, dass das alles doch eine so starke Kraft hatte, dass, also, selbst wenn einer das Gefühl hatte, na, also ganz koscher ist diese Angelegenheit nicht, ist er mitgezogen, denn es war für einen jungen Menschen unmöglich, die Dimensionen zu erkennen, die eigentlich dahinter steckten. Hitler made no secret of his intentions. This is a splendid young generation we are now getting. They have the same brown shirts. They look as if they have hatched out of the same egg. They are growing up that way. And thus, every single German is moulded until he slowly learns how to stand shoulder to shoulder with his neighbour. Hitler only gradually realised how he could make use of adolescence. Still far from power, he had difficulties with his youngest supporters. They were too hard to keep in line. They didn't cut much of a figure yet. No matter how hard they caught recognition with military posturing. Until an ambitious henchman of Hitler's recognised the potential in these foot soldiers. Baldur von Schirach restructured the Hitler Youth and assembled every available supporter in Potsdam in 1932. With an elaborate military review of 70,000 cheering disciples, he finally convinced his Führer of the importance of sending the young as well into the fight for power. They were only too happy to be dazzled. And that force took pleasure in full-blown rhetoric. Was it really easy to see? Michael and George, Threats turned to deeds when Hitler's troops were powerful enough. In 1933, the invocations of the battle songs became reality. Wir sind die Zukunft. Wir marschieren. Und was sich uns entgegenstellt, das Feld. Einmal von einem, all die anderen Jugendlichen-Associationen mussten die Hitler-Jährung für Macht. Politische Rivalen wurden unterbrochen. Mitglieder der Jugendlichen-League und der Ramblers-Associationen mussten und dann sidelined. Wir bestimmen jetzt, was getan wird, gesellschaftlich, so haben wir gedacht. Und die Jugendbünder, die da waren noch, die wurden dann aufgelöscht und wurden dann eingegliedert in die Hinterjugend. Und es gab keine Angst, wer die Straßen jetzt regelt. Nun ging die Strammen dort vorbei, mit der Fahne voran. Und plötzlich tritt einer aus der Reihe heraus, aus der Mitte dieser Kolonne, und gibt mir eine Bewege und sagte, Fahne grüßen. Ich stand da und war natürlich schockiert. Und at the same time seduced by the aura of power. Du darfst dich nicht absetzt stehen, habe ich gemeint. Wenn du dabei bist, dann kannst du keine Wachfrau mehr bekommen. Dann bist du unter den und kannst vielleicht welche austeilen. But power alone does not attract a body of supporters. The Hitler-Jährige needed recruits, and so it beat the drum. Plötzlich hörte mein Vater Schläge, Trommelschläge. Ich hörte sie auch. Und es kamen näher. Und in den Häuserschluchten klingt das ganz furchtbar. Zu dem Zeitpunkt schon merkte ich, oh, denn meine Klassenkameraden hat mir gesagt, wenn du jetzt nicht zum Jungvolk langsam kommst, dann holen wir dich ab. Sollte das wahr werden. Die kamen näher, bildeten dann um unserem Haus einen Halbkreis. Und dann klingelte es, wir hatten Angst. Ich ging nach draußen, die nahmen mich in ihre Mitte, die zwei. Führten mich dann zum letzten Zug, Zug vier. Dort musste ich es anschließen. Da sah ich auch einen Jungen, der auch in Zivil war. Und dann war mir klar, die holen noch mehr ab oder da läuft noch was. Und dann marschierten wir los und das marschieren, das fügt einen dann zu einer Masse zusammen. Und es war nun mal so, dem die Straße gehörte, der auf der Straße war, der hatte die Menschen. To them, the new regime appeared in its most attractive light. The rise to power was orchestrated, like an unstoppable triumphal procession. Movement for its own sake, after a time when so many had gone nowhere. As did most Germans, they succumbed only too readily to the cult surrounding this self-appointed savior. To the lockstep of a national community that had fallen into line. To the pleasing illusion of a perfect world. Not even the youngest were immune. They discovered worlds which had previously been out of their reach. The Hitler Youth as travel agency. The objects of its affection put up with many a constraint if they could just join in. Die Kinder hatten keine Möglichkeit in Urlaub, in den Ferien. Die waren auf dem Balkon oder waren draußen auf der Straße oder sie waren, wenn sie mal ganz großes Glück hatten, hatten sie vielleicht eine Oma, die in Wecklenburg irgendwie einen Bauernhof hatte, dann konnten sie da hinfahren. Aber mehr lacht doch nicht drin. Und plötzlich konnten die Kinder dann 14 Tage oder drei Wochen dann mal Urlaub machen. Die kamen mal raus, das kannten Kinder ja gar nicht. So was. Vergeisen. Reflexion wasn't on the program. Above all to the younger boys, the 10 to 14 year olds in the Jungvolk, the Hitler Youth seemed at first like a merry band of scouts. In dem Alter, in dem ich ins deutsche Jungvolk eintrat, war das ein Spaß. Es war ein Spaß mit gleichaltrigen, größeren Kindern zusammen zu sein und sich nicht mehr nur auf der Straße zu raufen und auf Bäume zu klettern, sondern Fahrten zu machen. Wir sind rausgefahren an so einem kleinen See und haben dort Lager gemacht. Und das war großartig. Das war der Himmel für uns. Feuerchen machen, ein bisschen was köcheln, Lager legen. Das war das, was, glaube ich, in jedem Jungen angelegt ist. Wir will sowas erleben. Das ist eine uniformierte und deformierte Art des Indianer sein wollen. The illusion of untroubled freedom. Their leaders knew how to lure young people. Islands of happiness in an authoritarian regime. Für uns war, tonangebend, die jungen Gemeinschaft, das Erlebnis der Gruppe, das Erlebnis der Fahrten, die Anstrengung. Wir mussten ordentlich schwitzen, wir mussten ordentlich frieren, wir mussten im Zelt nass werden. Wir konnten auch bei Fluchen und sonst irgendwas, aber wir konnten auch die Sau rauslassen, aber immer wieder zur Gemeinschaft zurück. Romantizism, Songs, Camping-Out, Proven Drugs for the Soul. The magical spell of fire. A dangerous mixture with long-term effects. Jetzt saß alles rings um das Feuer. Dann sangen wir gemeinsam im Abend. Es war ja dunkel, die Sterne über uns. Das war ein ergreifendes Gefühl, was man nicht vergisst. Aber niemals dieses Gefühl hat sich aus dem Hitler-Jungen geplant. Es hat nur gepflegt. Diese ganzen Stilelemente, die Faden, die Feuer, das wurde alles übernommen. Die Attraktivität des Jungvolk beruhte auf der lebendigkeit des Lebens der Bündischen Jugend vorher. Aber jetzt noch andere Calls sounden. Physical Discipline. Fistikuffs. Fighting. Folgendes, Hitler-Jährige mussten ihre Schwierigkeiten testen, und das haben sie in den Spielern gelernt. Pitched-Battles. Und genau da, sie glauben gar nicht, wie wir dann Feuer umsetzen. The object of the exercise desensitizing. Selbst wenn man Beulen abbekam und Schläge abbekam und Schlimmes einstecken musste, dass man hin, man wurde steuer, man wollte es sein, ja. The rule of the fist displaced concern for others. The strongest win, the weakest pay the price. Die Doktrin in der Hitlerjugend ist verabhärtung, ganz zweifellos, also das war ein System, wie hat Hitler gesagt, der deutsche Junge sei. Blink wie Pindhunde, schwer wie Leer und hart wie Kruppstahl. Es war immer nur die Härte angesagt, ja. Und es war verpönt, wenn jemand Schwachheit zeigte. Und es gab auch kein Mitleid. Und zwar ging ich zu meinem Fähneinführer, melde mich da und sage, ich melde hiermit, dass mein Vater verstorben ist. Und über diese Meldung komme ich ins Weinen. Die Tränen kommen, ich konnte nicht mal weiter sprechen und versagt meine Stimme. Und dann werde ich sehr wach angesprochen von diesem Fähneinführer. Er schreibt mich eigentlich mehr an, ja, und sagt, ein deutscher Junge hat nicht zu weinen. Von dem Augenblick an habe ich in meinem ganzen Leben keine Tränen mehr gewandt. Das neue Geistungsprinzip sei, was dich schwer macht. Was wir uns unter der deutschen Jugend der Zukunft wünschen, ist etwas anderes, als was die Vergangenheit sich gewünscht hat. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen. Bin ich erstmal groß und nicht mehr klein, werde ich Soldat des Führers sein. Das sind alles die Schlagworte bis seiner Zeit, die mich gefesselt haben. Das habe ich auch zum Ausdruck gemacht, wie die Mutter gesagt hat, da sind doch noch Kinder. Da habe ich noch gedacht, meine liebe Frau, Kinder, ich bin schon lange kein Kind mehr. Ich bin bald ein Soldat. An American foreign correspondent wrote, These little creatures would be amusing if they weren't so dangerous. When they wrench their gentle faces into fierce grimaces to emulate their adored Führer, they scare me more than full-grown soldiers. Was sonst üblich war, dass man mit den Eltern am Sonntag spazieren ging oder Boot fuhr oder irgendwie Wege machte, Wanderungen machte oder Spiele machte, das blieb ja alles aus. Weil uns ja gesagt wurde, du kannst dich dauernd mit den Eltern damit laufen, ein bisschen ein Muttersöhnchen. Und das war auch ein Begriff, Muttersöhnchen. Keiner wollte Muttersöhnchen sein, jedenfalls ich auch nicht. Also musste man sich von den Eltern abnabeln. Ja und da kam dann also der Konflikt mit dem Elternhaus. Und dann habe ich natürlich mit Vorliebe den Dienst Sonntagsvormittags angesetzt. Und während mein Vater in der Kirche stand, habe ich dann also auf dem Marktplatz mit den Jungen exerziert oder bin, wieder singend, mit denen durchs Dorf marschiert. Was hier vor sich geht? Spüren Sie denn nicht, dass hier etwas besudet wird, was Ihnen eigentlich heilig sein müsste? Defying the oldest generation, a common right of passage, the Hitler Youth fired the need to rebel. Die Aufmüpfigkeit, die ist teilweise gerade in der Hitlerjugend aufgenommen worden und für die Zwecke des Dritten Reiches benutzt worden. Wir waren aufmüpfig gegen die ganze übrige Welt. Das ganze Dritte Reich war eine Rebellion gegen die humane Welt, gegen die Menschheit. Wir sind die Welt von der NSCAP. Burning enthusiasm for an insane idea, which broke every rule of a humane society. The disciples of this sworn order had never known another world view. To them, this demonic ideology was a matter of faith. And their leaders used every seductive trick to turn them into fervid supporters. Their sense of right and wrong vanished in an arrogant view of their own superiority. I have to be ashamed of myself. I have to be ashamed of myself. I have to be ashamed of myself today. But I am happy that I can tell myself that I can tell myself that it comes out. Because my father just wanted to know nothing about this Nationalsozialism. I slept with my brother in a room near the kitchen. I slept with my brother in a room near the kitchen. And then I heard that it was the Jews. And the Jews went over the border. And then my father said, he should stay there. He should stay there. He should stay there. And so he went with the Jews over the border. And he was then with the Alleinheit. I have to say it very honestly, very honestly. I have to say it at his time not to be the son of this elder. Whenever a new demagogue becomes the object of hero worship, parents have less and less authority. Most of them had fallen victim to his delusions anyway. There were parents' homes where the young people said, stay at least innerly free. Not in my class. All parents were for the Nazis. And no one had been punished for the Nazis to feel something against the Nazis. And then I was, I think, 100% of that was the word. Everything was 100% of that. I was then 100% of the Nazis. Such total devotion was, in general, applauded. Adolescents were wooed as never before in German history. Provided they played along. This official name, Living Nordicart had been idealized... Today you are the future once, as you were. If you are the future of Holland. You are the future of our olla. You are the future of hardship. But you are the future of Hope. Dear when it is your home. You are the future of per�로ivea. Und die Alten, die wissen gar nicht, was los ist. Die sind verkeilt. Und das kommt natürlich bei jungen Menschen an. Alle Jugend im Führer. Das ist die Parole der HJ. Und wie in den vergangenen Jahren, rufen wir auch heute den Jahrgang der Zehnjährigen zum Dienst unter Adolf Hitlers Fahne. For that, the rat-catchers of the regime pulled out all the stops. In 1936, an elaborate campaign drummed up all the boys who were still on the outside to slot them into the Hitler youth. 90% of the 10-year-olds followed this uncompromising call. At the Great Party Rally in Nuremberg, Hitler's children had to demonstrate the strength of their numbers. The huge crowd had a magical effect. Als wir dann diese Mengen sahen, dass wir nicht alleine waren, dass wir Tausende und Abertausende, und alle in der gleichen Uniform, wir fühlten uns richtig wohl, weil alle so waren wie wir. Ich habe jungen weinen sehen. Das war für mich etwas Ungewöhnliches. In Uniform, am helllichten Tag haben die geweint. Da bin ich natürlich hin, weil das störte mich, dass das vielleicht in unserer Gruppe da ein deutscher Junge weint. Ich habe mich dann gefragt und dann hat er gesagt, das war so schön, das ist so schön, ich zittere. The emotion was welcome, thinking out of place. Das Sicherheitsbedürfnis der Menschen ist wahrscheinlich größer als ihr Freiheitsbedürfnis. Und Sicherheit findet man in einer Gemeinschaft, in einer Glaubensgemeinschaft, wo man rechts und links Tuchfühlung hatte und weiß, die anderen denken alle so wie ich. Und man braucht sich nicht zu überlegen, was man zu tun hat, das ist klar vorgegeben. The perfect illusion of a unified society, in which everything was brought into line under the policy of Gleichschaltung. Durch die Uniform waren wir praktisch gleichgestellt, obwohl wir aus verschiedenen Schichten kamen. Da war genau der Junge des Schlossers oder des Arbeiters, genau wie der des Professors, eben durch die Uniform gleichgestellt. Wir waren Kameraden. Meine Kameraden, nach Ihrem Befehl, mein Führer, steht hier eine Jugend, eine Jugend, die keine Klasse und keine Klasse kennt. Diese Gleichschaltung, diese Enteignung des deutschen Jungen, die Zerstörung seines Individuums, das war Schirachs Programm und das hat er erreicht. Mein Führer, ich melde Ihnen die größte Jugendkundgebung der Welt. Ich melde Ihnen den freiwillig vollzogenen Eintritt von 917.445 Jugendlichen am 20. April dieses Jahres. Heilen, Jungen! Also unter Freiwilligkeit stelle ich mir was anderes vor. Es gab eigentlich gar keine ernsthafte Möglichkeit, jedenfalls in überschaubaren Verhältnissen, nicht Mitglied der Hitlerjugend oder des Jungvolks zu sein, wenn man eben nicht ein ganz krasser Außenseiter auch in der Schule sein wollte. Vom HJ-Gericht hatte die Schule ein Schreiben gekriegt, dass ich von der Schule geworfen werden soll. Ich wäre nicht würdig, dort weiter auf das Gymnasium zu gehen, weil ich nicht zur Hitlerjugend ging. Und der Direktor hat dann meinen Eltern den Vorschlag gemacht, dass sie mich doch abmelden möchten, noch am selben Tage vom Gymnasium. Any group which dared to meet outside the state youth organization, like this youth league in the mid-1930s, ran into trouble with the Gestapo or the Hitler Youth Security Patrols. Da war so ein Heimabend und da kam plötzlich also eben 20, 25 Mann, HJ, Streifendienste, alles ganz kräftige Bursen, die das stürmten und auf uns losflugen. Der Höhepunkt war vielleicht der, dass wir einmal, als wir von einer Fahrt zurückkamen am Sonntagabend, dass dann auf der Oderbrücke wieder die Hitlerjugend stand und hat uns dort verdroschen und den Führer unserer kleinen Gruppe, einen 19-jährigen, sehr, sehr guten Jungen, Konrad Weigt, von der Brücke geschmissen. Pressure was put on recalcitrant boys to fall into line in the increasingly dictatorial society. Also wenn Neinjager noch unter Druck gesetzt wurden, dass wir freiwillig reingehen, angeblich freiwillig, so war es später absolute Pflicht. Also ich konnte niemand mehr Nein sagen. Und das heißt, sie waren nun für alles zuständig, was überhaupt Jugend betraf. The Hitlerjugend monopolized every activity that took place outside home and school. Die Idee alleine, dass jeder Hitlerjunge, jeder Pimpf, sich da betätigen konnte, wo er wollte, das war der große Anziehungspunkt. Und man durfte zuerst auch nur, wenn man gute Leistungen gebracht hat. Und so, with all their might, they fought, wrestled and ran, until it hurt. Und wenn ich über fünf Meter sprang, im Weitsprung, dann war er eben kein Junge, weil man dachte, das ist schlau. Und dann wurde er ab, ausgestoßen und lächerlich gemacht. Aber die Chance zu sein, dass er ein Winner ist, war die Schlau-Karte. Die Leistung musste man auf irgendeine Weise bringen. Jeder auf seine Art konnte etwas sein, konnte ein inneres, positives Gefühl entwickeln und sich bedeutend fühlen. After a confidence boost, boys were more likely to join in, or so the regime believed. Elite sports carnivals, competitions for faithful apprentices throughout the Reich. Accompanied by some bold words. Wir haben im Reichsberufswettkampf die gesamte junge Generation Deutschlands auf dieses Leistungsprinzip verpflichtet. Wenn man da Urkunde kriegt, Belobigung, dass du das eben mit den und den Noten vielleicht sogar bestanden hast, oder irgendwas, das war natürlich schon eine gewisse Ehre für andere. An ingenious system of praise and censure. Wir wurden bewertet von dem Fähnleinführer nach irgendwelchen Punktsystemen, die sich natürlich zusammensetzen aus Sportgelände und so weiter. Und wie man auftrat, wie man sprechen konnte, wie man singen konnte, ob man gut artikulieren konnte, wenn man was erklärte. Und die wurden dann vorgemerkt. Und so stieg man in der Hierarchie auf. Von der jüngsten Begründung, gleich nach dem Reichsführer, die Grundlage des Nazi-Reichs eröffnete. Einer commande, der andere folgte. Jeder lauerte drauf, eine neue Schnur zu bekommen oder einen neuen Wimpel oder irgendetwas, also eine Beförderung. Und das war ja das Schöne. Jeder in Deutschland konnte irgendetwas werden und einen anderen befehligen, der wiederum eine andere Position hatte und andere befehligte. Es gab ja kaum jemanden, der nicht irgendeine Position hatte. Und so war es auch bei den Jugendlichen. Wenn man also da vor so einem Haufen steht und sagt, stillgestanden, die Augen links oder Augen rechts, die Augen geradeaus, dann ist man derjenige, der das nicht zu machen braucht, sondern der das Kommando gibt. Und das ist für das Selbstwertgefühl ziemlich viel wert. Das war immer wieder ein Erlebnis, so vor der Front zu stehen, Befehle zu geben und dabei das Gefühl zu haben, jetzt bin ich was. Ohne zu wissen was, aber man fühlte sich einfach eben durch diese Autorität gehoben. Kinder, 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 Kinder. Ein Zwölfjähriger kann dann schon zehn, zehnjährige kommandieren, stillgestanden, hinlegen. Da muss er sich in den Dreck schmeißen. Auf diese Weise und immer höher, das Ziel setzend, jetzt kannst du Jugendschaftsführer werden, hast du 30, jetzt kannst du Fähneinführer werden, hast du 100 unter dir, kannst du befehligen. Das ist verführerisch für Jungen. Das haben sie gewusst und das haben sie ausgespielt. Und bei vielen damals, wie zum Beispiel bei mir, hat es geklappt. One called the tune and the others had to follow. Instead, there were monotonous orders. Wenn ich einen Befehl gab, dann war es für mich selbstverständlich, dass er ausgeführt wurde. Wenn ich sagte, singen, dann war es selbstverständlich, dass gesungen wurde. Oder wenn ich einen Befehl zum Abmarsch gab, dann wurde eben marschiert. Das war selbstverständlich. Das war eigentlich bei der Hitlerjugend schon genauso selbstverständlich, wie später bei den Soldaten. Nichts ist möglich, wenn mich ein Wille befiehlt, wenn immer die anderen zu gehorchen haben. Von oben beginnend und ganz unten erst endend. Ein Befehl wird blind befeucht. Man wird nicht immer fragen, ob der Befehl richtig ist. Befehl ist Befehl, ist ja das so ganz einfach. Und wenn man nicht gehorcht, dann wird man entsprechend behandelt, das ist ja klar. Hitler, Junge Hüftler, bittet von der Wahl durch Teilnahme an deinem Lehrgang ein Kunde zu werden. Na nun? Was ist denn mit dir los? Ja, Herr Führer, ich glaube, ich schaffe das nicht, dass ihr alles verdanken werdet. Ich denke, du willst auch mit hier werden. Und da willst du schon nach drei Tagen schlapp machen. Ich will dir mal was sagen. Ob du das hier schaffst oder nicht, das bestimmt wir und nicht du. Reiß dich mal hier fest zusammen. Ja, Herr Führer, weg den. Weg den. Es ging nie um den Einzelnen. Da wurden nie gefragt, kannst du das auch? Oder wie ist dir zumute? Oder magst du das? Nein, man hatte es mitzumachen und machte es mit. Und es war ein verschworener Haufen. In step with the whole column, it was hard to follow the beat of your own conscience. Und dann marschierten wir los. Wir kamen an die städtische Sparkasse. Dort hing der Kasten des Stürmers, ein Aushangkasten, in dem die Zeitschrift der Stürmer ausgegangen war. Ja, der Fähneinführer sah den Kasten und wollte dann Judah vorrecken. Der Ruf wurde vorne aufgenommen, in den ersten Zug, pflanze sich fort bis zu mir dahin. Ja, das war natürlich jetzt eine Gewissensfrage für mich. Ich habe zuerst, ich konnte nicht mitrufen. Ich konnte es nicht. Man hat die Lippen einfach bewegt. Aber dann hat es bei mir irgendwie geklickt. Zwar, ich hatte so den Gedanken, Judah verrecke, das ist doch ein Land da unten irgendwo da. Und Judah, wenn ich sage Land verrecke, dann tue ich doch keinem persönlich was. Dann habe ich mitgeschrieben. Das war sehr schlimm. Die Worte, die diese Jüngste bellowed, waren nicht aus ihrer eigenen Gewissung. Week after week, the Nazi-Katechism was drilled into them at the regular Hitler-Youth-Meetings, as instructed. Das Thema der Heimabende waren die Lebensläufe der Nazi-Großen und die Juden-Hetze. Es war eine, ja, ich würde mal sagen, nationalsozialistisch geprägte Schulstunde. With unambiguous texts, from the records of a Hitler-Youth-Leader. The goal of the Jew as the chosen people, brutally to rule all races. Here, the Jewish people revealed itself in all its madness, its brutal thirst for power. Wir haben sehr elegant verstanden, elegant verstanden, immer nur alles in kleinen Dosen zu verzapfen. Immer wieder so eine kleine Dose, bis das drin saß und ein bisschen mehr, sodass man gar nicht gemerkt hat, was eigentlich mit uns geschah. The helpless victims of a demonic and perverted world view. Those who had defamed a Hitler-Youth-Training manual as incendiary, in November 1938, became themselves the victims of a flare-up of state power, in full public view. Ich bin voller Begeisterung dem Feier nachgegangen. Das ist neben unserer Schule gewesen. Und steht dort drüber. Ich meinte, warum lässt die Feuerwehr bloß die Nachbarhäuser? Und ich den Brenn selber. Bis dann ein Kumpel von der Hitlerjugend mir gesagt hat, Mensch, das haben wir doch wie Artsonde. War es heute Morgen nicht dabei, wo wir die ganze Läden, die Schaufenster eingeschlagen haben, weil die Juden ein Sachraus geholt haben. Und dann habe ich erst gesehen, dass also SA-Leid und Hitlerjugendjungen da rausgekommen sind mit großen Thora-Rollen und sie jubelnd wieder ins Feuer gespiesen haben. Und nach der Reichskristallnacht, zwei Tage später, hat es ein ganz Ludwigspaar so unter der Hand gesagt, Dr. Pindus ist tot. Er wurde an dem Reichskristallnachttag abends verhaftet und hat in der grünen Minna, also in dem Gefangenerwagen, ziehen Kali genommen, weil er gewusst hat, was auf ihn zukommt. Und da war ich halt so 13 Jahre alt. Und da ist es das erste Mal so durch mir gefahren, dass ich gesagt habe, Mensch, vor drei Jahren habe ich noch gefriert, Judah, verrecke, jetzt ist er tatsächlich tot. Däubt, wenn Spine-Tingling-Rituals Children's Souls, Blind Faith, Sacrifice, Self-Denial. Adolf Hitler, wir sind bereit, wie immer, für dich einzustehen bis zum Letzten. Der Glaube, der unabdingbare Glaube, der Führer wird schon richtig wach. Und dieses, er ist uns ja damals als der Gott hingestellt worden, der Gott-Egelige. Und das haben wir auch darin gesehen. Das war ein Idol, das war ein halber Gott für uns. Ich sag's ganz ehrlich, wenn ich wo gewesen wäre, und jetzt hätte jemand auf Hitler geschossen zu der Zeit, da wäre ich vorgesprungen, hätte mein Leben viel gegeben. Heute, heute sehe ich das anders, und als Wahnsinn, ne? There was a method to the madness. Even a Syro-Religion needs martyrs. The tragic fate of the Hitler Youth member, Herbert Norcus, was declared an heroic death. Also using the seductive power of the silver screen. In the film, Norcus became the hero, Quex. Virtually every Hitler Youth saw it. An appalling screen epic glorifying the act of sacrifice. Wir haben den bewundert, den Jungen. Das war wie, ja, da ist einem eine Gänsehaut über den Rücken gelaufen. In which direction the heroic boy was pointing, became clear to most, only later. Du bist eigentlich nichts, dein Leben ist nichts wert, du musst es bereitwillig sein zu opfern für die Fahne, also den Aufruf an die Jugend, welcher ja direkt hin zum Tode eigentlich wurde. Man kann es ein größeres Verbrechen geben an Jugend wie diese. Und das wurde an zwölf, dreizehnjährige Jungs gerufen. Früh übt sich, was ein Meister werden will. Children respond readily to such a field. These children did not realize that the seeds of their training would bear fruit on other fields as well. Geländespiele haben wir selbstverständlich gemacht, in denen man versucht hat, sich wie ein Soldat zu benehmen. Bewege dich richtig im Gelände, lass dich von Gegnern nicht sehen, nicht lerne anschleichen, all diese Dinge. Das ist eine ganz kindliche Neigung. Man hat es einfach ausgenutzt. Das war das Ziel des Führers, eine soldatische Jugend zu erziehen. Eine Jugend, vor der die Welt erschrecken soll. Das hat er jetzt mal gesagt. Und vor dieser Jugend ist die Welt dann auch erschrocken. They fought Hitler's war. The seeds were bearing fruit. The storm of devastation was elevated to a crusade. The victory swept those who were still too young for the battlefield into the vortex. Berlin. Berlin, the ecstasy of triumph. The conquering hero at the pinnacle of his acclaim. The euphoria of war cast its greatest spell on those who had never known another world. Now the seduction showed its true face. Wir waren begierig darauf, wirkliche Soldaten zu werden und in den wirklichen Krieg zu ziehen, obwohl wir uns natürlich nicht vorstellen konnten, wie grausam dieser Krieg werden würde. Die schlagen die anderen einen schwankenden Schall. Die fahren der kommenden Zeit. Die fragen sich stolz, den sie nicht hinein. Ein Weg ist so steil und so weit. Die fragen sich stolz, den sie nicht hinein. Ein Weg ist so steil und so weit. Die Untertitelung des ZDF, 2020 The League of German Girls was to produce Hitler's version of the ideal Aryan woman, lithe, blonde and preferably with plaits, as Hitler's children continue, 8.30 next Wednesday.